Ja, aber da musst du immer wieder Brustdrücken, nach freien Minuten, immer wieder antrücken. Jetzt hast du selber einen Stock, ne? Nicht zu wüte. Zieht. Das ist richtig gestört, nur. Bitte. Stimme lässt sich nach dem Türen rein, und er denkt, du kannst fühlst mich so. Der hat mich da anders als ich noch nicht eingegreist habe. Die kleine Ella, die näher tut er rund. So, das ist schön. Schüss.